Hey you Leute, CrimeX hier, Vascular Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf Embarrassing Moments, auf Instant Regret reagieren, also auf Deutsch übersetzt auf Momente, die Leute quasi direkt bereut haben, ja, also ich glaube es wird heute mal wieder Fails geben, lass dein Like und dein Abo da und let's go mit dem Video. Oh mein Gott, er hat den Hops genommen. Er war, ha, 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 Leute haben ihm gesagt, google mal Portugal, wegen P-O-R, so ne, damit man so seine Seiten sieht, auf denen der so unterwegs ist, oh mein Gott. Bro, 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 bro. Er hat Hops. Hallo Leute, ich bin Zorro und heute werde ich euch zeigen, einige der lustigsten Instant Regret-Momenten. Krass, denn, denn, äh, diesen, diese Falle kann ich aber auch nicht. Aber auch Lost, wenn man an seinem Arbeitsplatz, ähm, solche Videos sich reinzieht. Wow! Warum, warum, warum dreht sie denn direkt so komplett durch? Bro, er gibt seiner Frau erstmal einen Sidekick auf der Hochzeit. Okay, eine Betrunkene versucht ihrer besten Freundin zu helfen. Leute, Kinder, Finger weg vom Alkohol. Oh mein Gott. Epic Fail. Haha. Aber das ist schon ein Profi, man sieht schon, er hat diese Profi-Ausrüstung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja bin ich in Zamorinio. Ich habe das Reaktion nicht erwartet. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich denke, ich hätte so, ah, war doch nicht so nice. Trust your pants too much. Warum macht sie das denn mitten auf der Straße? Das ist diese TikTok-Generation. Oh mein Gott. Getting too close to a wild animal. Wow. Alter. Oder der Affe hat den Hops genommen. Who wants to see a magic trick? Das wird jetzt der krasseste Trick aller Zeiten. Hahaha. Oh mein Gott, ist das lust. Oh mein Gott. Die Arme, ey. Die hat meine Welt verändert. Ich glaube, das ist die Frau von Dumbledore gewesen. Ah, gefährlich. Ganz gefährliches Ding. Okay, der ist always a bigger fish. Also es gibt immer jemanden größeren, so. Wow. Alter. Do your calculations right. Da kommt der große Bruder, wenn du den Kleinen angreifst. Ah, ich glaube, das hat auch wehgetan, wenn das so Schutt und so Steine waren. Hätte mal besser in Mathe aufgepasst. Ah, die Arme, die Arme. Hey, zeig doch bitte nicht solche Videos. Das ist so unangenehm anzuschauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Delivering so many beers at once. Wow. Oh, nee. Oh, no. Oh, man. Manchmal ist zweimal laufen besser. Aber das hätte ich sein können. Ich will auch immer. Ich nehme auch immer alles so voll, weil ich nicht zweimal laufen will. Oh, man. Oh, mein Gott. Gib mir doch kein Baseballschläger. Ah, voll ans Knie gehauen. Oh, hin geht. Guck doch, wo ihr hinspringt, so Idioten. Haha. Die Katzen wären richtig salty. Smoking in public during a game. Alter. Bastard. Ey, der Officer versteht aber auch keinen Spaß, ne? Was ist ihr gerade runtergefallen? War das irgendwie so ein Preis oder so? Warum schneidet sie ihre Haare in der Schule ab? Es hat einfach geschehen. Es hat einfach geschehen. Warum heißt das Girl Power? Steht da oben eingeblendet. Oh, mein Gott. Sein Auto ist einfach weg. Einfach Totalschaden weg. Stehe ich aber auch nicht so was. Das ist Haram. Almost made it. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay, er will seine Freundin beeindrucken. Warum macht er das denn? Warum macht er das denn? Okay, ein Fuchs, der lernt, oder das ist ein Wolf eher, dass Eis nicht lecker ist. Warum versucht er denn Eis zu essen? Sein Blick. Okay, ihr Gesicht zeigt alles. Sie just took a shot of Moonshine. Moonshine, das dieses, ja, dieses im Wald gebrannte Zeug da von so Rednecks in Amerika. Also, dieses ganz, ganz starke Zeug, wo man gefühlt blind davon wird. Never mess with a turtle. Alter, das Pferd tritt aber auch durch. Okay, der süßeste Instant Regret Moment. Gut, Leute. War's das? Nee, es geht auch noch weiter. Es gibt ja noch einen Clip hier. So, Leute, das war's gewesen. Lasst gerne ein Like und ein Abo dauernd. Bis dahin, haut da rein. Ritualcramix. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020